Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wie wär's, wenn jeder von uns sie mal zu sich nimmt? Nein, nein, ich find das überhaupt keine gute Idee. Wir haben schließlich alle noch ein Leben. Was bringt dir das? Warum bist du da so stur? Ich bin so stur, weil meine Mutter damals nicht so stur gewesen ist. Familie, das schliebt mir nicht. Vater, sein Sohn war nie meine Stärke. Ich hab mich nur daran erinnert, dass ich meine Schwestern sehr lieb hatte, als ich klein war. In jenem Sommer in St. Julien. Deine Art, wie du zuhörst, das nervt. Ich wünsch mir, dass wir alle wieder zusammenkommen und eins sind und Ruhe finden. Man muss sich nur um sie kümmern und schon geht's ihr gut. Ich kümmere mich doch um sie. Was soll ich denn noch machen? Ich geh jede Woche einkaufen und sorge dafür, dass sie Mittagessen kriegt. Du drückst dich, wie du dich übrigens immer gedrückt hast. Ich weiß, es ist nicht mehr so einfach für dich, Norbert. Wenn du mich nur einmal noch erkennen würdest. Und in der Kindheit ist da nur St. Julien. Ich kann mich erinnern, wie wir immer darauf gewartet haben. Habt ihr doch nicht alles falsch gemacht? Nein, nicht alles. Ich weiß, es ist nicht mehr so einfach für dich, aber ich weiß, es ist nicht mehr so einfach für dich.